Ein großes Thema rund ums Spiel, die Entlassung von Max Eberl hier in Leipzig. Er ist jetzt praktisch auf dem Markt. Bayern sucht einen Sportvorstand, ist er der richtige Mann? Das kann ich gar nicht beurteilen, das ist auch nicht mein Thema. Ich bin beim FC Bayern, mir macht es großen Spaß dort. Ich bin erst einen Monat bei diesem Verein, komme es gerade richtig an und alles andere will ich und kann ich gar nicht kommentieren. Aber Sie müssten ja dann mit ihm zusammenarbeiten. Sag ich, wenn es so wäre, dann wäre es so, aber ich kann das gar nicht kommentieren, weil ich da nicht involviert bin. Kennen Sie ihn schon? Kennen Sie ihn? Na ja, ich kenne ihn, ja. Woher? Er hat bei RB Leipzig gearbeitet, ich bei Red Bull Salzburg und wir kennen uns schon länger aus der Fußballszene, auch davor schon von Gladbach. Dann wird es ja ganz gut passen, oder? Wie gesagt, ich kann dazu nichts sagen. Danke.